Wir schreiben die Musik für Ihr Unternehmen, vom ersten Ton bis zur fertigen CD, präsentieren dann das Lied live auf Ihrer Veranstaltung, wie zum Beispiel bei K&L Ruppert. Auf der einen Seite haben wir was gesucht, was zu uns passt und mit dem wir uns identifizieren können. Und ich glaube, da ist ein Song ganz gut dafür, weil sie die einzelnen Passagen nehmen können. Sie können das ganze Team integrieren und da hat es gepasst. Und wie kamen wir auf Charlie Glass? Auf der einen Seite ist es ja, das Netz bietet heute Möglichkeiten auszuwuchen und dann ist es auch ein bisschen Gefühl, wie man miteinander umgeht und was man aus der Beziehung Musik und Unternehmen machen kann. Und da haben wir uns sehr gut aufgehoben gefühlt. Wie sind wir? Wir sind stark! Wir sind die Champions auf dem Bodemarkt! Ja genau, wir müssen gut ankommen, vor allem kriegen wir uns den männlichen Kollegen. Charlie Glass und Firmenhymnen.de durften bereits für die verschiedensten Unternehmen musikalisch tätig werden. Hier zum Beispiel unsere Hymne für die Promi-Insel der Seychellen, Fregat Island. Oder für AHA-Einrichtungen. Ja, wenn Sie mal eine Einrichtung planen, sollten Sie AHA vorher fragen. Es soll doch was Besonderes sein. Hier für die Kreissparkasse München-Starnberg. Kreissparkasse München-Starnberg. Der Erfolg ist oft so nah mit Ideen und Angesprach. Daheim beim Stanggebild im schönen Tirol. Am wilden Kaiser fühlst du dich so wohl. To find in the future, meet in the best. Let's break free with suit chemie. Firmenhymnen.de ist in der Lage nahezu jeden Musikstil umzusetzen. Wir komponierten für Banken und Versicherungen, Unternehmen aus der Wirtschaft, Hotels und Restaurants. Arrangierten aber auch für Udo Jürgens, Eartha Kitt, FC Bayern München. Produzierten Roberto Blanco, Stefanie Hertel, Trafi Deutscher, Jamtronic. Über 20 CDs für Disco-Ikone Fancy. Die Magier des Jahrhunderts, Siegfried und Roy und viele mehr. Hier unser Lied für die Stadt München. München, das heißt Blasmusik. Und München, das heißt Bier. Firmenhymnen.de, das sind wir, die Stardustonstudios. Vielleicht schreiben wir unser nächstes Lied bereits für Sie und Ihr Unternehmen. Wäre mir eine große Freude. Musik Also,into bis zum nächsten Mal. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.